Das wird reklamierend gewesen sein. Tibor Hamann. Nun zurück im Tor, dafür geht Patrick Peters raus. Und damit ist die Unterzahl der SG-Bandskore aufgelöst. Zumal die Bandskore jetzt auch wieder auffüllen konnten und jetzt in Überzahl spielen. Und dann ist Lars Glütermann auf Stürmerfaul entschieden. Und der schneller Angriff von Warnemünde abgebrochen. Und man ist jetzt in Überzahl, weil man sagt, man spielt eher in Unterzahl besser als in Überzahl. Ist das auch deine Erfahrung? Teilweise habe ich das auch so gesehen. Wenn man in Unterzahl besser spielt als 6 gegen 6. Das siehst du beim Handball, das siehst du beim Fußball. Irgendwo motiviert sich die Mannschaft ein bisschen mehr. Man spielt aggressiver. Gut, heute sag ich mal, ich denke mal wird es nicht der Fall sein, aber ich habe viele Spiele erlebt, sag ich mal, wo wirklich in Unterzahl schöne Kombinationen auch gespielt haben. Und unser Tor gemacht haben. Ja, Michael Bayer auf der einen, aber im Gegensatz, Daniel Bach mit seinem dritten auf der anderen Seite. Zum 27-21 jetzt. Das wäre natürlich die Initialzündung nochmal gewesen für Warnemünde, wenn die hier in Unterzahl nochmal hätten rankommen können, dann wäre es in den letzten 4 Minuten hier sehr, sehr spannend geworden. Aber so ist es bei 6 Minuten, 6 Toren, in 4 Minuten in uns erhält der gehaltene Ball von Christian Lange. Dann dürfte es auch schon fast gewesen sein, 4 Minuten noch zu spielen, 7 Tore für die SG. 6 Tore, muss ich mich korrigieren. Natürlich. Aber jetzt auch der Ballbesitz für die SG Banskolezen. Und auch hier jetzt natürlich die Frage, wäre eine Auflösung der Zondeckung und eine Mann-Deckung jetzt angebracht? Von Warnemünde, um eben diesen Vorsprung der Banskole raufzuholen nach Christian Klath mit dem Treffer. Man hat ja gesehen, dass wir auch bei der 4-0-2-Deckung auch unser Tor gemacht haben. Auch unsere Chancen gehabt haben, wo wir unser Tor auch nicht gemacht haben. Ob es Hendrik war oder Marco oder Roberto. Wenn man diese sich hundertprozentigen reinmacht, sag ich mal, das habe ich ja erst gesagt. Warnemünde mit der 4-0-2-Deckung. Ich lasse auch mal ein Rückraumspieler werfen. Wenn sie offensiv stehen, sag ich mal eine 3-2-1, wo sie bei 9 Meter dann denken. Hat man gesehen, hat es mehr gefruchtet, als das, was sie jetzt gemacht haben in der zweiten Halbzeit. Ja, trotzdem ist es Banskole nicht gelungen, den Sack frühzeitig zuzumachen. Woran lag es aus deiner Sicht? Was mir jetzt in der zweiten Halbzeit ein bisschen fehlt, sind natürlich die Gegenstöße. Das, was wir in der ersten Halbzeit gesehen haben durch Hendrik. Jetzt versuchen wir das Ergebnis hier über die Runde zu bringen. Aber ich sage mal, der Gegenstoß ist für mich ein einfaches Tor. Und man hat es gesehen, dass wir in der ersten Halbzeit mit Erfolg hatten. Die zweite Halbzeit, die mir umgesetzt wird, verstehe ich nicht. Man sieht es ja jetzt im Positionsangriff, dass man seine Schwierigkeiten hat mit dieser Mannschaft. Das war an sich ein schön gedachter Pass von Marco Hohmann auf Mario Seider, aber im Kreis gestanden. Abgefiffen durch die Schiedsrichter. Und der Heber da ist sicher drin. Felix Reichert mit seinem ersten Treffer in dieser Partie. Zum 28 zu 22. So, jetzt die letzten eineinhalb Minuten. Und Kapitel Glatt geht vom Feld. Und Roberto Wolf geht nochmal in die zentrale Position an den Kreis. Und wieder Stürmerfaul entschieden gegen Mario Seider. Und auch der Ball ist drin. Ich denke mal, dass er eben falsche Sperre von Roberto gepippt hat. Ich denke, so kann man das zusammenfassen, auch wenn das Spiel noch nicht ganz zu Ende ist. Ja, auf jeden. Wichtig ist, dass wir zwei Punkte haben. Man kann nicht mit einem Tor gewinnen, man kann mit zwei gewinnen. Und in dieser Höhe, sag ich mal, nach der ersten Halbzeit oder auch Anfang der zweiten Halbzeit, muss ich sagen, sind wir ein bisschen eingebrochen. Aber das passiert, sag ich mal, von Spiel zu Spiel. Und du kannst dich immer hier 100 Prozent abrufen. Wenn irgendwo mal der Faden verloren wird, ist es sehr schwer, sag ich mal, den wieder aufzubauen und zu seinem Spiel wiederzufinden. Ja, und deswegen gab es zwei Minuten gegen Christian Stammke und Roberto Wolf. Mit dem 28 zu 23. Auch in diesem Spiel kann er seinen Treffer wieder machen. Jetzt haben wir noch drei Sekunden auf der Uhr. Und wenn der Schiedsrichter hier jetzt Zeitspiel anzeigt, macht er nicht. Das Tor. Und jetzt haben wir noch acht Sekunden auf der Uhr und die Möglichkeit zum 30. Treffer. Roberto mit dem direkten Wurf. Der Ball ist weg. Und damit ist es Ende hier. S.G. Banzkulezen gegen den SV Warnemünde. 29 zu 24 für Banzkulezen. Ich bedanke mich bei Uwe Wehmer für den fachmännischen Kommentar. 29 zu 24 endet das MV-Ligaspiel. Der S.G. Banzkulezen gegen den SV Warnemünde. Bei mir habe ich nun beide Trainer. Schön, wir wenden mich auch gleich an den Gästetrainern, dass sie sich zur Verfügung stellen nach diesem Spiel. In der zweiten Halbzeit ist es deutlich besser gelaufen. Trotzdem hat es nicht ganz gereicht, um nochmal ganz ranzukommen. War die Hypothek aus der ersten Hälfte zu groß? Nicht unbedingt, nein. Wir haben das Spiel eindeutig im Angriff verloren. Wir haben mehrere Phasen gehabt. Die ersten zehn Minuten glaube ich gleich minus fünf oder sechs. Wir kommen dann wieder ran auf zwei, um dann die letzten zehn Minuten wieder wegzuschenken. Deutschland ist wieder fünf. Wir sind da nie richtig rangekommen im Endeffekt. Also wohl die Chance definitiv da war. Also Banzkule war jetzt nicht so stark, dass wir hätten verlieren müssen. Ja, Böhr, Glückwunsch. Fünfter Siege in Folge. Trotzdem hat man einige unzufriedene Minen gesehen. Es lief nicht ganz so rund, wie du es dir vorgestellt hast. Ja, das kann man durchaus so sagen. Da gebe ich dem Kollegen auch recht. Das hätte auch durchaus anders ausgehen können. Das sieht man allein schon, ich will das jetzt nicht am Angriff festmachen, aber wenn wir im Schnitt die letzten Spiele 36, 37 Tore werfen und heute mit 29 aus der Halle gehen, das zeigt schon, dass da ein bisschen Qualität gefehlt hat. Sicherlich dem geschuldet, dass die Warnemünder doch sehr offensiv gedeckt haben gegen unsere beiden Halben. Aber da erwarte ich einfach von den Jungs, die da auf der Platte stehen, dass sie vier gegen vier wirklich den Platz und die Lücken auch nutzen. Und das haben sie definitiv heute nicht gemacht. Ja, sagtest du bereits das Spiel im Angriff verloren. Was hat den Jungs da gefehlt? Die Cleverness? Die Einsatzbereitschaft, was fehlte? Nein, die Einsatzbereitschaft nicht. Die haben einfach keine Hand gehabt heute. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Es waren wohl schon in der ersten Halbzeit 20 technische Riegelfehler. Dann ist schwer, ist egal, ob gegen Banske oder Stabenhagen oder wen auch immer. Weiß ich nicht, die waren nicht auf der Platte, gar nicht. Die Einsatzbereitschaft war da, auch die zweite Halbzeit, aber es waren einfach so einfach eklatante Fehler. Und da kannst du kein Spiel gewinnen, sorry. Und es war heute machbar, wie Bürger schon sagte. Ja, aber auch bei Banske hat ein bisschen das Wurfglück gefehlt. Ich habe mehrere klare hundertprozentige, die der Wannemünder Torwart rausgezogen hat. Sonst hätte man sich schon frühzeitig hier auf ein ruhiges Spiel einstellen können. So blieb es fast bis zum Ende richtig spannend. Ja, gut, das war jetzt auch kein schlechter Torwart, muss man dazu sagen. Obwohl, ich habe es in der Halbzeit gesagt, irgendwann muss man auch mal ein Bild vom Torwart sehen. Und wenn man sieht, wir machen das in Handballsprache, wenn er den Hampelmann immer nach unten macht, dann heißt es in meiner Fantasie, dass oben immer alles frei ist. Und wenn man dann immer noch versucht, unten zu werfen und das permanent und auch frei im Gegenstoß, dann regt mich das natürlich sehr auf, weil sicherlich hätte man den einen oder anderen auch noch machen können. Ja, du hattest verletzungs-, krankheitsbedingt, Marco, oben ein bisschen auf der Seite geschützt. Wie sehr hat das gefehlt heute, die Bälle von der Linkshand? Ja gut, okay, dahinter soll man sich ja nicht verstecken. Wir haben mal einen breiten Kader, aber sicherlich Öhmchen war jetzt die Saison wirklich sehr stark und er hat gestern schon arg gekränkelt und heute fand ich gut, dass er sich zur Verfügung gestellt hat, aber da fehlte natürlich die Power. Guido ist noch relativ kurzfristig mit seiner Schulter ausgefallen vor dem Spiel, sodass der Kader doch recht dünn heute war. Aber nichtsdestotrotz, die anderen Jungs können auch alle Handball spielen und von daher würde ich nicht sagen, dass da was gefehlt hat. Also der, der da spielt, der sollte das auch eins zu eins ersetzen können. Ja, letzte Woche habt ihr euren ersten Saisonsieg gefeiert gegen Güstrow. Heute leider die vierte Niederlage bereits einstecken müssen. Das ist nicht der Sonstadt, der sich der SV Warnemünde vorgestellt hat. Wie geht es weiter mit dem SV Warnemünde? Wo geht es die Saison hin für euch? Auf jeden Fall nach oben. Nein, wie gesagt, was hier auch schon angeklungen ist. Wir haben vor der Saison halt einen sehr großen Ader lassen müssen. Ich habe den kompletten Rückraum auswechseln müssen. Dabei mit Jakobs und Wüstemann, wirklich zwei Top-Torschützen der Liga. Das ist nicht einfach, das war uns von vornherein klar. Gut, nichtsdestotrotz, in der Liga kann wirklich jeder jeden schlagen, das ist einfach so. Und ich sehe uns auch spielerisch definitiv vor anderen Teams. Und ich habe da auch keine Befürchtung, dass wir irgendwie abschneiden oder sonstiges. Ich bin da guter Dinge. Das hört sich ja sehr zuversichtlich an. Wo geht es für euch weiter? Spielerisch spielen wir zu Hause gegen Wurzow, glaube ich, in zwei Wochen. Und im Pokal, wie sieht da eure Auslosung aus? Spielen wir auch gegen Wurzow, glaube ich, nächste Woche. Da hat das Loser gut getroffen, das sieht man im Pokal öfter. Wo muss man hin, um euch spielen zu sehen? Nach Rostock, nach Rostock-Groß-Klein, Großbau-Ring. Jederzeit gerne auch die Schweriner-Zuschauer. Jederzeit willkommen, wenn jemand da ist. Nadler? Sicherlich wird man da ein paar Schweriner-Zuschauer sehen, spätestens wenn die SG Wanskulezen da aufläuft. Für euch geht es weiter jetzt im Pokal erstmal nach Plauen. Erstmal die Frage, wie wichtig ist der Pokal in diesem Jahr nach der Umstrukturierung? Boah, das kann ich selber noch nicht so richtig einschätzen. Ich muss ehrlich zugeben, so richtig wichtig war der in der Vergangenheit für uns auch nicht. Wir nutzen das Spiel gegen Blau schon als Plattform, um mal die vermeintliche zweite Gare spielen zu lassen, dass sich vier, fünf Leute wirklich mal zu Hause schonen können, mit Familie die Auszeit genießen können. Und deswegen, wir fahren da sicherlich hin, um zu gewinnen, aber wenn es nicht klappt... Danach geht es dann weiter für euch, das ist ein wichtiges Aussatzspiel in Rippnitz. Rippnitz, du sprachst gerade an, du musstest deinen Rückraum abgeben, der ist nach Rippnitz gewandert. Also spielst du quasi gegen die Mannschaft von wichtigem Rückraum von letztem Jahr gegen Warnemünde und da haben wir schlecht ausgesehen von der SG Wanskulezen. Wie geht ihr an dieses Spiel ran? Ihr habt jetzt eine große Aktion, viele Leute mit, wie viel hilft das dann am Ende? Ja, das wäre natürlich klasse, wenn möglichst viele Zuschauer, Fans mit in den Bus kommen, weil wir genießen das ja auch immer bei Heimspielen, wenn die Leute hinter uns stehen und uns nach vorne preschen. Und ich kenne Rippnitz jetzt zwar nicht, ich habe aber gehört, die Halle ist da auch mal gut besucht, da ist wohl eine gute Stimmung auch und von daher können wir sicherlich jeden gebrauchen, der da ist. Und du hast es schon angesprochen, Jakobsen und Wustemann, das sind eigentlich die beiden, die ich so aus Warnemünde kenne. Und von daher kann ich die Mannschaft noch nicht so richtig einschätzen. Ich weiß aber, dass sie dann wohl sehr rückraumlastig sein werden und da versuchen wir uns natürlich darauf einzustellen. Ja gut, dann wünschen wir euch viel Glück, natürlich in Rippnitz und auch im Pokal. Das gleiche gilt natürlich für den SV Warnemünde und vielleicht sieht man sich demnächst einmal wieder, wenn es heißt Warnemünde gegen die SG Wanskulezen. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Sendung von Sport in Schwerin.